Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Auch heute wieder kurz und kompakt in einem Video zusammengefasst. Sepp Vandenberg ist ja nun auf Leihbasis für ein Jahr Schalke und hat nun auch mal ein paar Einblicke in seinen Wechsel gegeben. Denn seit gerade mal einer Woche ist er ja bei uns. Am Anfang war es ein bisschen chaotisch, sagte nämlich der 20 Jahre alte Abwehrspieler, denn es ging ja auch am Ende alles relativ schnell. Nach dem Training am gestrigen Dienstag erzählt er nämlich von den letzten Tagen in Liverpool. Und sein wichtigster Ratgeber, bevor er sich für einen Wechsel zu uns entschieden hat, war ausgerechnet Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp. Ich hatte mehrere Optionen. Ich hätte auch in England bleiben können. Das habe ich mit ihm diskutiert, erzählt Vandenberg. Und obwohl ja Klopp eine erfolgreiche Vergangenheit bei unseren größten Rivalen hat, empfahl er Vandenberg einen Wechsel in die Bundesliga zu uns. Er hat mir allgemein sehr viel über Deutschland und die Liga erzählt. Aber auch, da Schalke ein großer Klub ist, für den es sich zu spielen lohnt. Aber auch ein Verein, der nach dem Aufstieg unter großem Druck steht, den Klassenheld in der Bundesliga zu schaffen. Und als dann Vandenberg mit Klopp über das Derby zwischen S04 und BVB sprach, war die Unterhaltung auch sehr schnell beendet. Er hat mir nur gesagt, dass sie sich gegenseitig hassen. Mehr muss ich nicht wissen, sagte Vandenberg und schmunzelte auch danach. Und ohnehin habe er sich nicht nur wegen Klopps Rat für Schalke entschieden. Es war ein ganzes Paket. Schalke ist ein unglaublich großer Klub, spielt in einer großartigen Liga. Auch die Unterstützung der Fans ist toll. Und möglicherweise auch on top ist seine Heimatstadt Zwolle ja gar nicht mal so, weil ein Fan von Gelsenkirchen mit dem Auto ist man in knapp zwei Stunden da. Möglicherweise auch nicht so verkehrt. Und bei Liverpool gibt es ja noch eine weitere Person, die Sepp Vandenberg mehr über Schalke erzählen kann. Und das ist ja Joel Matip, aber mit ihm hat er nicht über uns gesprochen. Joel ist verletzt, deshalb konnten wir nicht miteinander sprechen. Seine Frau hat aber meiner Freundin ein paar Fragen über Gelsenkirchen beantwortet, erzählt Vandenberg, der sich wohl auch mittlerweile schon sehr, sehr gut eingelebt hat. Ich genieße das hier seit dem ersten Tag. Und ich bin sehr gespannt, wie er sich entwickeln wird. Gegen Stuttgart hat er ja ein bisschen gebraucht. Er hat auch das Tor mit verschuldet, aber auch da ist halt immer wieder ganz wichtig, wenn man auf junge Spieler baut, dann passieren eben auch genau solche Fehler. Aber man hat sicherlich auch relativ zügig gemerkt, was er eben kann und dass er uns auch mittelfristig sicherlich weiterhelfen wird. Am Montag war ja noch trainingsfrei gewesen und gestern ging es dann bei uns auch richtig los mit der Vorbereitung auf das kleine Derby, wenn man so will, gegen den VfL Bochum. Fraglich ist allerdings, ob uns dort Thomas Ovian und Margin Kaminski helfen können, denn das Duo fehlte bei der Trainingsanheit am Dienstagvormittag. Das hat auch Schalke nochmal offiziell bestätigt. Margin Kaminski hat sich einem privaten Umfeld eine Verletzung zugezogen, die ihn weiterhin ausbremst, denn der Dreißjährige musste ja genäht werden. Und deswegen ist es wohl auch sehr wahrscheinlich, dass er nicht rechtzeitig fit wird für das Duell gegen Bochum und dann erneut ausfallen wird. Ohne ihn hat der Kaminski nur am ersten Spieltag gespielt, danach auf der Bank gesessen. Sprich, auch das ist wieder sehr wahrscheinlich, dass wir eben dann auch in der ersten Reihe nichts verändern werden. Und sollte Margin Kaminski dann wirklich ausfallen, wonach es aussieht, dass dann eben Leo Greimel eine Alternative auf der Bank sein wird und Vandenberg, wie schon in Stuttgart, neben Abwehrchef Yoshida startet. Anders und zwar besser sieht es aber bei Thomas Ovian aus. Er hat ja aktuell muskuläre Probleme, absolvierte deswegen eine individuelle Einheit am Dienstag. Aber, und das ist das Gute, er wird heute zumindest schon mal wieder zurück erwartet. Gegen den VfB Stuttgart wurde er zur Pause ausgewechselt. Da war er angeschlagen, blieb in der Kabine. Sein Part, um an der Madame Tobias Mohr, der es ja sicherlich gut gemacht hat. Deswegen prinzipiell erstmal gute Nachricht. Kaminski fällt zwar aus, trotzdem steht Leo Greimel bereit für den Platz auf der Bank. Und bei Thomas Ovian sieht es ohnehin gut aus. Aber hier ist sicherlich auch Tobias Mohr eine gute Alternative, wenn man dann doch kein Risiko eingehen möchte. Denn es ist ja auch nichts Neues bei Thomas Ovian mit dem muskulären Problem, dass man da vielleicht ein bisschen aufpassen wird. Und dann wäre auch natürlich Tobias Mohr eine realistische Alternative. Mit 10 Toren und 2 Vorlagen in 33 Spielen hat der Sebastian Polter eine richtig starke vergangene Saison für den VfB Bochum gespielt. Nicht umsonst war deswegen das Interesse von Schalkern da. Am Ende wurde er geholt und das mit einem Vertrag über drei Jahre. Mittlerweile muss man aber sagen, dass Sebastian Polter und Schalke 04 noch nicht ganz so funktionieren, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Im Pokal sowie zum Bundesliga-Hauftakt gegen Köln stand ja unsere Nummer 40 in der Startelf. Allerdings auch, weil Simon Tirodde verletzt fehlte. Und er selber konnte ja nicht wirklich überzeugen. Seitdem muss er sich mit der Joker-Rolle begnügen und auf eine Torbeteiligung wartet er der 31-Jährige noch. Und natürlich ist auch klar, mit den Nachverpflichtungen von Jordan Larson sowie Kenan Karaman haben sich Polters Aussichten auf regelmäßige Einsatzzeit sicherlich nicht erhöht. Vielmehr droht ihm auch in Zukunft immer mehr die Bank. Und bei Sky machte Polter nur noch mal kein Geheimnis daraus, dass er mit der aktuellen Situation nicht glücklich sei. Natürlich bin ich nicht zufrieden. Das wäre auch falsch, wenn ich zufrieden wäre momentan. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich spielen will. Von Beginn an unterstrich Polter gleichzeitig seinen Anspruch. Aber er betonte auch, sich als Teamplayer zu sehen. Jetzt ist momentan eine Phase, in der ich von der Bank komme. Das muss man so akzeptieren. Ich versuche tagtäglich dagegen anzuarbeiten, dass es sich irgendwann wieder umdreht. Dass ich auch wieder von Beginn an spiele und der Mannschaft helfe. Und ich denke mal, das ist doch auch ein ganz normales Prozedere, dass da wieder manche Medien die Geschichte daraus gesponnen haben, dass er möglicherweise schon wieder gehen möchte. Ist natürlich schon wieder ordentlich. Und es ist ja auch vollkommen logisch, dass Sebastian Polter nicht zufrieden ist. Das wäre irgendwie ein komplett falsches Signal. Er hat zweimal von Beginn an spielen dürfen, konnte dort nicht überzeugen. Er wurde jetzt ein paar Mal eingewechselt, konnte auch da dem Spiel nicht wirklich seinen Stempel aufdrücken. Dann wäre es irgendwie komisch, wenn er sagen würde, alles ist gut, alles ist wunderbar. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Deswegen brauchen wir genau so einen ehrgeizigen Sebastian Polter, der auch dann ein bisschen unzufrieden auf der Bank sitzt. Aber natürlich ist auch klar, wenn er da reinkommt, muss er etwas mehr Leistung bringen. Und dann ist es sicherlich auch wieder möglich, dass er dann auch mal wieder in der Startelf stehen wird. Zum Ende des Transferfensters wurde es bei uns nochmal richtig spannend und es wurden auch wirtschaftlich zwingend nötige Deals durchgezogen. Denn der Verkauf von Malik Chao bringt eine hohe Ablöse und ähnliches erhofft man sich ja auch durch die erneuerliche Laie von Amin Harit zu Olympique Marseille. Doch dazu wäre es ja fast gar nicht gekommen und dort gibt es jetzt nochmal einige spannende Details, die jetzt rausgekommen sind, die nochmal dafür sorgen sollten, dass wir Fans wirklich zufrieden sein können, wie Schalke hier verhandelt hat. Der Deal war eineinhalb Stunden vor dem Transferende off. Das muss man ganz klar so sagen, erklärte ja Schröder schon am Sonntag bei Sky90. Wie Sportbild berichtet, herrschte zwar zwischen den Klubs am Deadline Day schnell eine Einigkeit über die mögliche Ablöse von 5 Millionen Euro, die ja verbindlich wird, sofern Harit in der laufenden Saison 15 Mal für Marseille spielt. Aber der Transfer wäre beinahe auf den letzten Metern gescheitert, weil sie die Klubs bei der Definition eines Einsatzes in die Haare kriegten. Denn Marseille habe darauf gepocht, dass nur dann die Spiele zählen für diese Anzahl von 15, in denen der Marokkaner mindestens 45 Minuten auf dem Feld steht. Für Schalke war aber dieses Szenario inakzeptabel, denn es sollte wirklich jeder Einsatz auch über wenige Sekunden zählen. Und ich denke mal, das ist auch vollkommen logisch, denn theoretisch hätte ja Marseille dann einfach Harit als Edeljoker nutzen können, um einfach dann möglicherweise die Kaufverpflichtung zu umgehen. Aber, und das ist das Gute und das sollte bei uns auch für eine gewisse Zufriedenheit sorgen, unser Sportdirektor Rufen Schröder blieb wirklich hart und sagte den Deal offenbar deshalb um 21.30 Uhr gegenüber den Franzosen ab. Eine gute halbe Stunde später kam dann doch noch der Anruf, indem sie die Konditionen von Schalke dann doch akzeptierten. Sprich, Schröder und Co. haben sich am Ende durchgesetzt. Jeder Kurzeinsatz von Harit zählt zum 15-Spiele-Counter und am Ende dann eben 5 Millionen Euro Ablöse und natürlich auch eine gehörige dauerhafte Entlastung für den Gehaltsetat stehen werden. Und das Verhandlungsgeschick von Schröder wird sich somit wahrscheinlich auch auszahlen. Wir müssen nun nicht mehr schön in den Rückspiegel schauen und haben nun deutlich mehr Kraft und Raum, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir Spieler entwickeln können. Freut sich auch unser Sportvorstand Peter Knebel. Weiterhin haben wir noch nicht einen Sieg in der Bundesliga feiern können und nun gibt es ja zwei Duelle im Pott. Zum einen ein kleines Derby, wenn man so möchte, gegen den VfL Bochum und eine Woche später endlich wieder Revierderby gegen unseren Erzrivalen, den BVB. Aber jetzt geht es erstmal gegen den VfL und dort soll auf jeden Fall der erste Dreier her. Doch dafür wird sich Frank Kramer bei vor allem noch drei Positionen entscheiden müssen, auf wen er setzt. Und das wird durchaus spannend. Im Sturm ist zwar Simon Terodde gesetzt, hat auch in Stuttgart endlich ein erstes Bundesliga-Tor für uns erzielt und ist deswegen natürlich auch für Samstag die Nummer 1 im Sturm. Aber die große und spannende Frage ist, wer wird dann der Joker Nummer 1, sollte es erneut nicht für 90 Minuten bei Terodde reichen. Sebastian Polter konnte bislang in der Rolle noch nicht wirklich funktionieren und nun ist eben auch Kenan Karaman bereit, um im Kader zu stehen. Gegen Stuttgart war das noch ein bisschen zu früh, aber jetzt brennt er auf sein Schalke-Debüt und könnte eben dann als Joker in die Partie kommen. Alleine das wird schon durchaus interessant. Aber vor allen Dingen auch in der Startelf wird es auf jeden Fall nochmal spannend in der Offensive. Dominik Drexler hat ja in Stuttgart zum ersten Mal auf der Zinner-Position gespielt, hat dort überzeugt und konnte ja den Ausgleich dann eben auch richtig stark vorbereiten. Deswegen auch sehr wahrscheinlich, dass er im Team bleibt und möglicherweise auch deswegen Rodrigo Salazar auch gegen Bochum wieder nur auf der Bank sitzen wird und als Joker reinkommt. Klar wurde er für Larsson eingewechselt und spielte dann sozusagen auf dem rechten Flügel, aber natürlich ist diese Position, die Drexler gegen den VfB richtig gut ausgeführt hat, genau seine und deswegen gut möglich, dass Salazar nur von der Bank kommt. Und interessant wird es auch auf der 6er-Position. Alex Kral, unser Neuzugang hat sich ja von Beginn an dort festgespielt, hat aber so ein paar Wackler drin und gegen Stuttgart hat eben dann Florian Flick eine Chance bekommen und meiner Meinung nach auch vollkommen genutzt. ist defensiv deutlich stärker gewesen als Alex Kral, extrem laufintensives Spiel, was er absolviert hat und deswegen sehr, sehr gut möglich, dass Alex Kral gegen Bochum nur auf der Bank sitzt, was sicherlich für seinen Anspruch ein bisschen zu wenig ist. Und das waren also Schalkes Daily News. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.